So erstmal, euer lieber Komo meldet sich mal wieder. Na, wie geht's euch denn, was macht ihr denn so? Ihr wisst ja, es ist so scheiße, solche Tage, Wahnsinn, es geht warm, kalt, alles mögliche gibt es. Aber was soll man denn machen, das ist das normale Leben. Es gibt andere Sachen, was kann man sich vorstellen, aber man kann sich nicht erklären. Na ja, was soll man machen. Wisst ihr, ich habe vor ein paar Tagen ein paar Sachen gemacht, aber komische Dinge. Aber wurscht, ich arbeite ganz hart und arbeite ganz weich und arbeite ganz wein. Weintrauben, Weintrauben, Suche, Suche, Suche. Wo ist die süße Versuchung? Kennt ihr den Witz, kommt der Kaspar zu alten Leuten, sagt der Kaspar zu alten Leuten, seid ihr alle da? Und die alten Leute sagen ja und der Kaspar sagt nicht mehr lange. Da gibt es noch ein Witz. Kommt, kommt ein Mann zur Börsenaufsicht und fragt ein Broker, wo sind hier die Toiletten? Der Broker sagt hier, bescheißt jeder jeden. Was gibt es noch? Was gibt es noch? Was ist der Unterschied zwischen einer Pflaume und einer Muschi? Kann man sich nicht aussuchen. Nur die Pflaume kann man wissen. Die schmeckt gut. Aber okay, ich bin kaputt. Was gibt es noch Kaputtes? Alles mögliche. Man lebt in die scheiße, dreckigen Arschlöcher. Aber was soll man machen? Das Leben ist scheiße. Au, ich möchte so gerne wieder, dass man Dienstag ist. Oder Donnerstag. Oder Freitag. Oder Samstag. Ich will wieder Spaß haben, Lieben. Es ist so langweilig, wenn du die ganze Zeit mit Geld umeinander machst. Ich habe Geld. 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 Was ist schon Geld? Was ist schon Geld? Was ist schon Geld? Oh, wen muss ich nicht grüßen? Mortal Comeback. Icarus. Da muss ich begrüßen. Wem muss ich da noch begrüßen? Noch ein Freund von LTR. Ich weiß nicht mehr sein Name. Aber ein guter Freund ist. Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Mit Entfang des an. Ich habe seinen Namen vergessen. Mein älterer. Hallo, wie geht's? Äh, was noch? Äh. Hallo Stitch. Hallo Rolf Rüdiger. Hallo Monson Comeback. Den haben wir schon. Den haben wir schon. Wem haben wir noch, äh, Pineapple. Wem haben wir noch, äh, Chris. Ordner, Chris. Wem haben wir noch, äh, Johnny. Äh, wem haben wir noch, äh, Szene, äh, Szene 1. S1, oder S1N, keine Ahnung, wie das heißt das. Das ist ein blöder Name. Wirklich ziemlich blöder Name. Was soll man blöd geboren, so blöd gestorben. Äh, was gibt's noch, äh, Es gibt's noch viele Namen, was muss ich nennen. Äh, Tobias, äh, Vio Tobias, Vio Sakuya, Vio, Vio Sheikah, Vio Rob, Vio Chaos, Vio FB, Dann, äh, Wem noch haben wir, Vio Forces, Und viele andere, Ah, ich hab vergessen, Zomba, Der süße Maus, Er ist Skripta, Er ist so ein süßer Skripta, Aber was sollst du, Maus, Ich hab ihn schon lange nicht gesehen. Er ist verschwunden irgendwie. Fuchi, 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 Zomba, Du bist Fuchi, Fuchi, Zomba. Was sollen wir machen? Äh, was haben wir denn noch, äh, Äh, wir müssen noch begrüßen, Petra, Dann Blacky, Dann haben wir noch, äh, Da muss man begrüßen, noch, äh, Giddisch, Darkpool, Und, äh, Und, äh, Wir müssen noch begrüßen, äh, Alle möglichen haben wir begrüßt, Naja, und, äh, Was soll man machen? Das ist immer so cool, Jedes Mal. Äh, Wo, Wo, Wo ist der, Wo, Wo ist der, Was, Was ist das, Wo, Wo ist das, Das ist immer, Das ist die Frage, Wo das ist, Wo das ist, Wo das ist. Ich suche mir jedes Mal eine Frage, Aber kann man sich vorstellen, Welche Frage. Jedes Mal eine Frage, Wenn du stellst, Immer die Frage beantwortet, Mit der Arsch. Arschfrage. 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 Nicht Arschfrage, Sondern Arschfrage. Ah, Was soll man sagen? Pflaumen, 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 Pflaumen. Ich kenne eine Pflaume, Die dümmer als die Pflaume ist. Die Pflaume ist Pflaume, Pflaume. Naja, Was soll man noch machen? Das Leben ist scheiße, Aber es ist so cool. Wo ist das Meer, Wo das ist, Ich war in Serbien, Stellt euch vor, Zwei Wochen in Serbien, Das war super, Ich war in einem Kloster, Habe gebetet für euch, Habe Kerzen angezündet, Alle, Ich habe eine Kerze gezündet, Unten gestellt, Es gibt eine Kerze, Oben gestellt, Gesundheit, Und eine unten für die Toten, Und ich habe die unten, Eine für die Toten gestellt, Für die Forsters, Und oben für Rob, Eine oben für Rob, Aber der Forsters ist gestorben, Leider, Leider, Der Arme ist gestorben, Er kommt nicht mehr in Vio, Und leider gestorben, Der arme Junge, Leider ist er verstorben, Leider, Forsters ist verstorben, Es lebe, Leider, Für die Forsters, Ich hoffe, Ich hoffe, In den Himmel, Hatte viele schöne Frauen, Hat viel Spaß, Und alles Gute hatte, Der liebe Forsters ist gestorben, Ach, Leider, Er hat alles geschafft, Im Leben, Aber er hat leider nicht geschafft, Leider ist es, Leider, Ich habe für ihn eine Kerze, Angezündet, Hoffentlich wird ihn sehr gut tun, Oben in den Himmel, Hatte vielleicht Spaß, Oben, Mit der vielen schönen Breuten, Naja, Und was soll ich noch sagen, Das Leben ist hart, Was wollen wir machen, Und alles super, Okay, passt, Ich mache mal Schluss, Schon acht Minuten, Habe gequatscht mit euch, Naja, okay, Passt schon, Wollen wir noch neun Minuten, Oder zehn Minuten, Nein, nein, Machen wir mal Schluss, Okay, Tschüssi, Papa, Ich spaß noch, Tschüssi, La 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 la, Euer lieber Como, Tschüssi, Ich liebe euch, Bussi, Bussi, Und wir Bussi, Bis zum nächsten Mal.